So, wir sind jetzt hier gerade am Seitenflügel des Schlosses. Im Hintergrund läuft gerade Laith Eldin und bei mir ist jetzt der Tobias und der Raphael. Und hier sind zwei tatkräftige Arena of Pop-Besucher und um zu zeigen, dass wir alles ganz braver Besucher sind, machen wir jetzt mal direkt den Alko-Test und wollen mal gucken, wie viel Getränke da heute schon die Gurgel runtergegangen sind. Ich schalte das Gerät mal ein und es dauert jetzt ein bisschen und dann musst du einfach hier vorne reinpusten, ja? Klar. So, wir gucken mal. Ein paar Sekunden müssen wir noch warten. So, Achtung und los geht's. Drei, zwei, eins. Okay, eins und 0,03 Promille. Da geht noch was. So, wir sind jetzt quasi hier direkt vor der Bühne. Bei mir ist die... Nelly. Und vor allem die... Was? Hier ist dein Name. Anna. Anna. Und weißt du, was die Nelly mir schon verraten hat? Nein. Du hast heute Geburtstag. Ja. Wie alt... Wie jung bist du, wenn ich fragen darf? 18. 18. Okay, und wie alt? 28. Okay, herzlichen Glückwunsch erstmal von uns. Wir sind im Moment hier so ein bisschen die Leute am testen. Und auch du darfst jetzt als Geburtstagskind natürlich einen Alko-Test machen, um mal zu checken, wie viel du schon so runtergegurgelt hast heute. Ja, lass mal gucken, okay? Okay. 0,5 Promille hat sie, die Gute. Also jetzt Finger weg vom Steuer, ne? Du weißt Bescheid. Ich bin eh mit dem Zug unterwegs. Perfekt, wunderbar. Dann habt noch viel Spaß. Schönen Abend noch. Haut rein. Und wir checken mal weiter. Alles klar, bis später. Bis zum nächsten Mal.